Willkommen zurück bei Seph Forest Letztlich Willkommen Wir wollen jetzt die Höhle erkunden Da waren wir dabei, ne? Jetzt haben wir mal eine kurze Forest Pause gehabt Ja Das heißt kurz, wie man sieht Wir müssen den ganzen Stoff hier mitnehmen So, jetzt bin ich bereit Beine hätte ich nur Hasen gehabt, fängt die Scheiße schon wieder an Gut, dann steige ich jetzt runter, ne? Ja warte, ich bin auch gleich da Oh ne, gibt's doch nicht Die Scheiß Eingeborene sind schon wieder da Wo denn? Kann ich nur kurz Ich hab ein Speer daheimt Wollen wir mal kurz Inventory Du hast nichts drauf Gott sei Dank Du lebst ja immer, lol, Alter Wie viel hält denn der aus? Mann ey, ich glaub die sind stärker geworden Ach, wurscht Komm Hallo Oh Jetzt gehen wir aber runter Jetzt komm bevor wir wieder hier nichts haben Wo ist die Scheißhülle? Ach, da ist der So, okay Ich tog E Oh, irgendwie Oh ja, was, Alter Oh Alter, das war jetzt grad Wir gehen ineinander Das Alter, was ist das? Lass doch viel Abstand hier Ich seh gar nichts Es ist stockfinster Ich muss mal L treffen Ach, man kann ja, okay Ah, ich seh den Boden Ach, du Scheiß Ach, du Scheiß Okay, das ist mal ein Wasserfall Ja, hier gehts Oh, da gehts tief runter Da gehts tief runter Aber gehen wir erstmal hier entlang Die Hülle ist wieder so laut Ja, ist tief runter Oh, gucku Mal kurz Ah, ja, genau Oh, das ist das Äh, ich glaub wir müssen sogar runter springen Kann das sein Ja, ich glaub schon Na gut Ne, da hat man ein Seil Es ist so laut, ich hör dich nicht Da ist ein Seil, ich geh runter Ja Aber das geht nicht direkt ins Wasser, oder? Das wäre ein bisschen blöd Nee Gehen wir ja gleich Alter, ich hab schon wieder Hunger, wieso hab ich Hunger? Hey, wir haben uns doch voll vorbereitet auf Ja, hätt ich auch gedacht, naja Erse ich halt einen Snack oder so Das geht schon Alter, wie geht das noch runter? Wie geht denn das runter hier? Alter Krass Nach oben einfach nur die Dunkelheit Alter, ey Doch Aber wer hat eigentlich die ganzen Seil dahin gespannt? Ja, das war eigentlich nicht Die eingeboren bestimmt nicht, oder? Nee, es gab's die Überlebende Wer weiß Ja, aber die Die haben da einfach nur so 50 Meter langes Seil, oder? Ja, ich wollt grad sagen, aber Wer hat so ein Seil mal dabei, ne? So, mal zufällig Ich glaub da unten seh ich langsam am Boden Alles klar, aber Das ist doch Ja, gut, ähm Ich glaub wenn wir unten sind Können wir auch die Folgen gleich wenden, oder? Ach, ich... Ich bin so doof, wir können ja uns einfach mal Mal shift Wir können einfach runterrutschen, ne? Oh man Ja, das hab ich Wir sind so... Ich hab's grad echt voll vergessen Ja, ich auch Ja, also, ähm Kann ich jetzt... Eigentlich... Nee, die Taschenlampe Hundert sich nur im Wasser Das ist... Ja Zu risky Hier ist ein Zeltplatz Nee, oder? Und nicht... Leute Kann man den Helm nehmen? Wegschau Oh, hier ist was? Soll mal speichern? Hey, wir könnten hier... Alter, was ist das denn? Alter Äh... Ach, das ist wieder dieses... Kann es sein, dass das wieder dieses Altar ist, wo man wieder was drauflegen muss? Ah, das kann sein, das ist... Warte, ich mach mal schon ein Feuer an, das vielleicht bisschen heller wird hier So Hier ist ein Koffer... Und... Oh... Warte, ich speicher hier unten einfach mal... Oh, hier ist ein Snack Ja, ich speichern... Auch gleich Hier ist noch ein Snack, sehr schön... Hallo? Flair, Flair, Flair Noch ein Snack Da hast du so viele Flares hier, was ist denn das? Was geht... Ich kann das nicht... Can't call me any floors... Ich hab so viele Flares, ich werfe jetzt noch mal ein paar Flares rum Bleiben die? Alter, wie... Wie weit geht's denn denn da hin da? Bleiben die Flares? Ich weiß nicht Lass mal alles ausleuchten hier Das ist viel Flair Das ist viel Flair Dunkle Ecken schmeißen, so da hinten, da hinten nach So, das hab ich erst mal genug Die ist ins Wasser gefallen, das war einfach... Ach, wieso hab ich jetzt wieder diese Keule dabei mag ich doch noch nicht So... Ja, genau Gut, dann gehen wir mal nach hinten... Warte, ich will auch mal speichern kurz Okay See So... Aber ich muss sagen, der Wasserfall, das sieht schon richtig aus irgendwie, oder? Ja, ja, allgemein die Höhlen, ich finde das Schimmern von dem Wasser und so, schon geil So, jetzt gehen wir aber erstmal nicht ins Wasser, vielleicht... Nee, nee, noch nicht Schau mal, wo wir denn so hinkommen Ist das? Achso Da ist noch ein Seil, es kann's doch nicht noch tiefer runtergehen Ist das... Nein! Aber da unten ist ein... Was ist denn das? Hä, das sieht so... Guck mal, hast du mal runtergeguckt? Nein Wie? Naja, ich vertrau dir jetzt... Denk dran, dich einfach mal runter schauschen zu lassen Du verbrauchst auch keine Ausdauer Meine Güte, wie ist denn so doof Alter, wie tief geht's denn da runter? Gegenteil, du bekommst Ausdauer, ist ja auch klar, ne? Äh... Da 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 Das sieht nach Matsch aus hier irgendwie Weil ich seh hier grad gar nichts, hier ist so dunkel Pst! Oh oh, ich bin wieder oben, tschüss! Wieso? Hörst du das nicht? Und ich hab ihn schon gesehen Ah, ich lass mich gleich Weißt du, was das ist? Weg da mit dir! Ich kann dich nicht überholen doch Iiiiihihi Ich bin oben Wann bist ich da? Iiiiih, ich bin voll in dir drin Ne, ich seh deine Zunge Alter, da hängt der eine! Ne! Hey, da hängt der eine! Hier! Da hängt der eine! Hallo! Wieso ist der gerade dort gestorben? Wie hat der da? Verstehe ich Wie hat er das geschafft? Okay, also nach da unten Warte, ich werfe meine Flair runter Hast du das gehört? Hast du ihn gesehen? Ich glaube, ich hab ihn gesehen kurz Es war wirklich genau dasselbe, der Fetter von letztes Mal Ich hab Angst, dass der runterfliegt Nein, ist der echt ein Mutant unten jetzt? Ja, da ist so ein Fetter Weißt du, was ich meine? Ja, ich hab ihn aber nicht gesehen, glaub ich Ich hab das erst einmal gehört Das dumm, dumm Und dann hab ich mich mal umgetreten Und dann hab ich dann wieder so Hast du nicht der Fetter, den wir schon mal bekämpft haben? Sondern wirklich der Fette Ja, der Fette Der, der Äh, der so aussieht wie du ein bisschen Ah, okay, okay Hey, hier ist ja auch ein Lagerfeuer Muss ich gar nicht Hast du das Lagerfeuer hier gesehen? Ja, ich hab ein Lagerfeuer Achso, ja, cool Oh, hier sind Motherboards Sehr schlimm Komm mal rum bauen Du kannst es nicht mehr hin Can't carry anymore Cycleboards Ach Schau mir mal schnell einen Fisch rein Ich muss noch was essen Ach scheiße, ich habe noch Kann man eine Bombe bauen? Alter, ich Kann man eine Bombe bauen? Eine Bombe wäre jetzt vielleicht ganz gut, ja Hey, das stimmt Wir haben doch die Molly's und so Ich hab ja Molly's und so Ich hab ja Molly's und so Ja, Mann Die könnten wir doch Ja, ne Genau Ich geh in das Alkohol Ach, ich hab mein Wieso ist jetzt mein Topf leer? Den haben wir doch letztes Mal aufgefüllt extra, oder? Ja, den haben wir aufgefüllt extra Ähm Naja, bei mir ist er wieder leer Ey, hast du ein bisschen Hunger? Weil ich hab aus Versehen zwei Sachen reingehauen Äh, ja, ein bisschen geht Weil mein Magen ist voll Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt was esse Na, Ruhe Komm hinein Und ich hab ne Bombe, richtig nice Hm? So, ich hab ne Bombe schonmal gebaut, ne? Gut, ne, ich ess das jetzt einfach mal Das heißt, ich könnte Hast du jetzt einfach beides gegessen, oder wie? Ja Ich hab doch gesagt, ja gleich Naja, egal Hm, okay, die Flares sind schonmal ausgegangen Na, dann werfen wir noch mal eine Runde jetzt Dass man so ne scheiß Uhr braucht zum Bomben bauen Ist schon kacke, irgendwie Äh Da ist er, Sixen Jetzt hab ich ihn, glaub ich, gehört Ja, aber dann läuft er direkt davor und siehst du den nicht Mal Alter Siehst du das nicht? Äh, ach jetzt seh ich den, der hat grad irgendwas kaputt gemacht, ne? Alter, wirft der grad was nach oben? Oder hattest du das ausgeschaut? Weiß nicht, ich hab keine Flares mehr Ich hab alle Flares verworfen Weil ich die Dinger hasse Ich hätt ne Bombe Warte, ich hab meine Was ist meine Molotows? Meine Molotow-Cocktails sind... Warte, ich kann die Bombe werfen Also das geht schonmal Das ist schonmal nice Ja, aber meine Molotow-Cocktails Ach nee, da sind sie ja Ich könnte die da runterwerfen, aber ich glaub das ist fast ne Verschwendung, ne? Ja Washed Wodka Ich geh da jetzt runter Warte, speichern wir nochmal hier schnell und dann probieren wir das mal Ah ja, gut Dann können wir das eigentlich direkt mal probieren Warte Zehn Mal speichern du zuerst, dann ich Hey, das ist nochmal ein Koffer, den kann man kaputt machen, oder? Hey, den hab ich doch... Den hab ich vorhin kaputt gemacht Vielleicht ist noch mal Flares drin Wird ihr auch noch offen? Äh, zu mir nicht Ja, der ist grad... Äh... Achso, aber gut, nix dran Doch, doch, bei mir war ein Flares drin Na gut Hast du gespeichert? Jo, ich hab gespeichert So, den speichere ich auch nochmal Ja So, und... Runter mit uns Was ist das? Achso, das CircuitBot Gut, jetzt geh... Gleich mal Molotow in die Hand nehmen Und runter mit mir Oh man, ich hab grad voll Schiss Na, wurscht Wir haben ja gespeichert Ja Tschüss Hängen nochmal... Ah, das sieht voll creepy aus Irgendwie schon Ah... Er kennt Alter, ich seh schon wieder nichts Hast du schnell kurz ne Flares oder sowas? Ne... Ne... Da kommt der halt hinten Alter Molotow... Alter, ich seh den echt nicht Warte, ich schau mal ne... Willst du schnell ne Flares werfen? Ja, eine hab ich Du vor uns... Da sind wer? Ach... Das sind mehrere... Ach du Schei... Das sind ja viele... Geh nur ein... Okay, warte, ich werf's jetzt Ah ne, das sind alles Leichen Langsam vor Da ist Wasser, da könnten wir uns da reinbegeben Wenn wir Glück haben Lol Hey, er brennt Ne, er brennt nicht Doch jetzt brennt er Das hast'n Wüten gemacht Ist das Wasser tief genug? Nein Nö Äh, die stehen auf! Die stehen auf! Längst von dir! Da ist einer Kleine Ist aufgestanden Oh, er kommt Geh, 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 geh Oh fuck! Ich bin... Bist du tot? Nein, nein, nein Geh hoch! Geh hoch! Geh hoch! Oh Gott! Bist du... Bist du am Seil? Ja! Oh fuck, Gott! Ich hab so'n Fiss! Alter, wenn der auf dich zuläuft, du kriegst so ne Panik! Der hat mich grad weggeschleudert, ey! Der hat mich zu Boden! Oh! Komm, wir können jetzt nicht mehr wieder nach oben! Okay, ich geh nach oben! Ich mag schon... Naja, was essen? Das kann man... Ne, wir müssen nach unten, man! Wir müssen den töten, man! Ja! Okay! Langsam wieder nach unten! Warte, ich muss mal kurz Ausdauer! Ich hab keine Ausdauer mehr! Ich muss mal ganz kurz... Ich schmeiß meine Bombe direkt auf ihn, ne? Wir können ja hier am Seil bleiben! Und dann immer Bombe schmeißen, Molotow schmeißen Und dann wieder hochgehen Und dann wieder... Ist immer so, wo hier... Ja, das ist... Aber du musst ne gewisse Höhe, ne? Der hat mich nochmal angegriffen! Oh, ich am Seil schon war, also... Musst schon paar Meter noch um kraxeln! Ja, ja! Bist du schon unten? Nein! Ja! Okay, warte! Langsam saß er! Der ist überhaupt... Was ist denn der überhaupt? Ach! Der hat mich angegriffen und hat den einen gekillt! Das ist ja mal cool! Toll, jetzt sind die Flares weg jetzt nicht! Gar nichts mehr! Ich hab noch ne Flares! Ja! Ein bisschen... Toll! Die Bombe geht voll entnehmen! Ja, voll, Mann! Nein! Oh, fuck! Warte! Shit! Shit! Nicht rum! Äh, schnell, bitte! Bitte uns blockieren! Geh so! Oh, Gott sei Dank! Ich bin oben! Ich nicht! Ich... Ich back rum! Nein, bitte nicht! Ich back rum! Ich komm nicht mehr weg vom Seil! Back rum! Ach, laber, Mann! Ich bin tot! Ich laber jetzt! Hebe ich noch? Hä? Bei mir ist alles so grau! Hä? Ich verstehe hier grad nichts! Ein bisschen... Wenn man sich umgucken könnte! Bin ich tot? Ich... Ich weiß nicht! Der ist aber direkt neben uns! Ich versuch das jetzt mal von oben zu regeln, Mann! So Molotov runterschmeißen oder so! Vielleicht hilft das ja was! Wenn wir da Wasser hätten! Das wäre so hilfreich, Mann! Also bei... Mir zeigt's niemand tot an! Nee, ich leb noch! Ich hab echt... Bei mir war's grad glaub ich nen Back oder so! Uoooooh! Ach, du bist da hinten! Lol! Oh Gott! Ey, wo ist das Seil hin? Verdammne Kacke! Also der kommt durchs Wasser durch! Ja, das weiß ich! Ich seh hier grad nichts! Es ist so verdammt dunkel hier! Hier bin ich! Ich bin hier oben! Oh Gott! Okay, ich seh den gar nicht, wenn er auf mich zuläuft! Ist die Bombe eigentlich explodiert? Keine Ahnung! Ich hab nix gehört! Oh mein Gott! Nein! Ich bin... Tod! Bist du echt tot? Ich bin runtergefallen! Oh du Mongo! Ja komm schnell her! Der ist hin... Dürft ja nicht hin... Ich komm der Seil nicht mehr nach oben! Oh du Kacke! Oh Gott! Lol, meine Mund hat auf die Brenner einfach nicht! Ach, ich muss die anzünden nicht, oder? Wie? Du bist so... Oh Gott! Oh Scheiße! Vielleicht die Mut! Oh mein Gott! Vielleicht hätte ich die Bombe auch aktivieren sollen, ha? Der rennt zu dir! Hinten ist irgendwo ein Licht! Ich bin wieder tot! Schnell! Heile mich! Wo bist du? Ich seh dich nicht! Wo bist du hin? Ach da bist du! Ach da bist du! Ach da bist du! Was? Dann zünde ich ihn jetzt aber nicht an! Alter, wie viel Seil hier ist! Der hält viel zu viel aus, der Typ! Das ist echt pervers, was der aushält! Ich seh ihn schon wieder nicht! Ich seh gar nichts, man! Okay, er ist bei mir! Kommt der hier hoch? Das wäre mal mega nice, wenn nicht! Burn! Burn, burn, burn! On the fire! Alter, zum Glück habe ich selbstgemachte Medizin mitgenommen! Schön, dass Molotow-Cocktails so schnell zu craften sind, man! Echt! Wow! Alter! Wo ist denn der Pimmel? Ja, direkt! Alter, ich hau da erst mal drauf! Was ist das? Oh, okay! Das ist eine schlechte Idee! Achtung! Ja, sehr gut! Ey, der hat gerade was verloren oder sowas! Alter, der sieht voll hässlich aus, Mann! Ja, Mann! Der sieht genauso aus wie du! Interessant! Jetzt sollte man nicht zusammenbleiben, Warte! Ich geh mal ein bisschen weiter weg! Ja, ich sag dir ja nicht zusammenbleiben! Was? Der ist tot! Hab ich... Hihi! Der ist tot! Toll, jetzt hab ich einen Molotow-Cocktail! Kann ich den wieder ausmachen? Ah! Seil! Seil, 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 Seil! Überseil! Ich würd' gerne Molotow ausmachen, aber naja, wurscht! Wenn ich ins Wasser nicht vielleicht! Das sind ganz viele Flair... Alter, was ist hier denn alles? Flares, Flares, Flares... Ja, aus! Ja, das funktioniert! Cassette! Cassette collected! Hm! Könnten wir uns irgendwas anhören, glaub ich! Ah, Flares! Wer ist hier drin? Ja, und Seile, Mann! Was kann man gleich wieder mit Seilen machen? Weiß ich nicht! Oh, alter! Alter, komm! Ihhh! Kannst du jetzt... Das See ist ja voller... Weichen gehen! Da hat wieder einer drin... Schlafi, Schlafi machen! Wieso ist eigentlich hier ein Boot? Wie kommt hier in dieser Pfütze ein Boot hin? Kann das Ding anmachen? Ja, das brennt ja schon! Hm, ok! Aber es war schon mal zum Vorteil, dass er seinen eigenen Tür hat! Der Typen getötet hat, ne? Das war schon mal... Ja, das war... Ach, hier ist das Seil, ok! Da ist die... Ach, nee! Die ist verkokelt! Ah! Die ist verbrannt, weil... Durch dein Money, glaub ich! Ah, ok! Aber weißt... Der hat mir Schaden zugefügt, aber ich habe keine Rüstung für das, sondern nur Lebenspunkte! Das ist... Hey, stimmt! Ich auch! Interessant! Hm! Apropos Lebenspunkte! Ich müsste mal Medizin nehmen! Das hätte ich gleich machen können, eigentlich! Na, egal! Mach diese verdammte Lampe dann eben! Nur Flares drin! Ja! Warum? Na ja, egal! Geht's denn hier irgendwo nochmal weiter? Bestimmt irgendwo! Muss ja! Das wäre ja voll traurig, wenn du da... Flares! Oh ja, da geht's noch selber zu machen! Flares! Hm! Obwohl! Ah, die Flares sind irgendwie nutzlos! Machen wir überhaupt kein Licht irgendwie! Also kein kleines Licht! Brennen nicht lang! Ne, ich überleg grad, kann man denn irgendwas wieder mit Seile kraften? Weil ich... Kann mich erinnern, dass ich's irgendwann mal für... Keine Seile mehr kraft hab! Für was? Ich weiß es nicht mehr! Verdammend! Ähm... Ich hab's vergessen! Ach, für die... 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 äh... Taschen haben wir Seile gebraucht! Ah, okay! Das kann sein, ja! Glaub ich! Oder nicht? Irgendwas kann man mit... Ah! Das Monster, gegen das wir schon mal gekämpft haben, heißt... Cowman! Low in power! Try to keep a distance! Hm, da steht jetzt leider nicht dabei, was die Schwächen von dem sind! Ja, das... Feuer hat doch ganz gut funktioniert, oder? Ja, aber gegen... Alter, hier sind auch wieder noch die ganzen Eingeweide, hier sind überhaupt keine Steine! Pass auf! Weapons... Dadadadada... Simple Bomb Tresome... Alter, ich hab grad Dynamite! Hast du auch Dynamite? Ich hab... das waren überhaupt keine Fläser und Dynamit Stangen, man! Echt? Ja! Neben den Upgraded Stick und so, das sind sie! Wie viel Autohlen Hy- 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 Hy Die Flares sind schon wieder alle leer eh deals? Ne, keine ahnung und den Seillen das ist so ne Sache! Schade, dass man kurz mehr Seille mitnehmen kann So ne Seiltasche wärs Ja Aber man kann Köcher machen für Pfeile Vielleicht für unseren nächsten Ausflug Sollten wir vielleicht jeder echten Bogen hören Mit Pfeile Vielleicht gar nicht mehr so schlecht Ey, wieso hast du es da nicht hergenommen? Kommst du mit? Ich hab nicht dran gedacht Wir gehen irgendwie nach oben Jetzt ist es dunkel Wegen der Zeit Wollen wir hier mal kurz nen Cut machen Warte, ich komm zu dir Ich seh nichts Warte, ich muss mal kurz gucken Ne, ich hab kein Dynamit Ich hab nur Flair, 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 Flair Nein, nein, ganz unten beim Acquired Stick und so Und der halb der Axt Ach, ja, da Ich hab's verhasst Hätten wir den ja voll weit fertig machen können Ja, die waren erst da hinten Alter, ich seh gar nichts Mal mit dem Feuer hier Ja, wollen wir jetzt enden Oder wollen wir noch Ja, ja, nee, wir können hier ne Ja, das war doch ne sehr spannende Runde eigentlich Ja, das ging mir doch Wir haben in 20 Minuten eigentlich nur Ohne gekraxelt Oder kurzer Kampf Aber eigentlich nur Ganzer Toner geklappt Ja, das ist brutal wie schnell die Zeit hier vergeht Na egal Ähm, ja, danke fürs Zuschauen Direkt, oder? Und Bis zur nächsten Folge Ciao